Checkvote initiated Er ist blind Da hat jemand geantwortet Ender Games Dann kam aber keine Antwort zurück Weil der Typ ist ja blind Hatts ja nicht lesen können Say loud I'm deep Der ist auch geil der Typ Say loud I'm deep Achso Wen ist interessiert dabei sind Finn, Jojo, Schrot Ich Und Bene Ich und EA Ja, ich hab jetzt die Tabelle vorgelesen Es tut mir leid Bene Du bist im Moment noch hinter mir Ja, das wird auch so bleiben Das ist gar kein Problem Ey Jojo, weißt du auch mal mit dem Schild Du kriegst ja mit dem Schild Punkte Wenn die da so dumm sind und dagegen schießen Bei Manni Die sind ja so Bei der Dings Geht das unendlich? Oder hört dann irgendwann auf? Glaub ich schon Aber ich bin trotzdem drin Jawohl Also ich wüsste zumindest nicht, dass die Schilde kaputt gehen Und die Punkte dürften dann ja trotzdem weiter funktionieren Hallo, guck mal, die hat einen geilen Arsch die Hostage Hm Du guckst Männern auf den Arsch Ey, wir leben in der 21. Jahrhundert Man muss offen für alles sein Okay Oh, guck mal, da oben ist doch offen Oh lol, echt Das ist noch besser Hatten wir eine Breaching Charge wieder? Also ich habe Breaching Charge und mein... Mach mal parallel von der Seite und von der Decke auf Aber die haben einen Mute, deswegen weiß ich nicht Ich habe Breaching Charge das bringt Äh, warte, Finn Was ist das? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ich hab, äh, im Mute Das stört Im Alltag zu gut gemacht Hast du gut gemacht? Ähm, mach da, hast du gut gemacht? Ähm, mach da, hast du gut gemacht? Ach, ähm, mach da, hast du gut gemacht? also zwei sind geradeaus von decker auf da ist die meine aus schieß einfach reinkommen das ist so viele leider und die hat wieder im picket jetzt danke schrot legt körper gerade weg bleibt geht rein ich muss nicht weg guckt nicht mehr für stehen ja da ist einer also jetzt warte schreckt auf schreckt da rechts christmas auf der reingeht ja rechts aller aber rechts unten am boden ist noch eine gute meint deswegen möchte ich da ja ungern reingehen also unten rechts ist la warte ich sehe nichts ja das gut ist im raum drin doch höchstwahrscheinlich auch ich weiß nicht und doch ich weiß nicht wo er ist er ist weggerannt haben wir ja in die ganze hier nein kann kann wer mit der bischof zu mir kommen hierhin dann können wir noch mal in den raum eingehen aber ich sehe er nicht mehr er ist weg ne er kann sein dass die hinten kommen gerannt ist ich mach's morgen ja da ist aber ich weiß okay wenn geht auch beide müssen ich gehe mal gucken nein ella ist nicht im rauf ella ist safe nicht im raum hier ist jemand ich muss unbedingt unten ich muss kurz mal nadel aus dem schuh ziehen also ich gehe davor ja direkt rechts in der ecke beide beide rechts in der ecke weil ich stehe davor bei dir ja tut der einer ist da und der andere ist da auch der andere ist hier ja die ganze zeit gegen ein schild geschossen ja die ganze zeit dagegen geschossen hat der spaß dran was ist so lachgeck sehr gut schild ist so richtig meins einfach stumpf rein oder das kundum platz ne ich habe sie eingefahren können dann sagt was mute der jäger gutte versörst habe ich nicht geschrieben Jawoll Schrot, erstmal Sprach-Chat Hä was? Allein fragt mir, dass du es nochmal klargestellt hast 1-1-1 I have to come in that back door Rainbow Community ist so verkrackt, Alter Ach was? Nein, gar nicht Wollen wir jetzt mal zur Rainbow Community beitragen? Ich hab Angst, dass ich jetzt erschossen werde Kann hier noch jemand zu? Nein, garantiert nicht Wollen wir hier da aufmachen? Wo ist da? Weiß nicht, ob wir das wollen Wenn dann aber hier Ne, warte, wenn dann da hinten Also ich hab noch Reinforcement sonst Ich würd am liebsten sogar zum Hallway hier aufmachen Ja, dann mach auf Dann mach ich hier Reinforces hier Dann bitte mal alle kurz weg Können auch von oben kommen Oh, ich hab sie wirklich schon anbekommen Ja Ey, ich war aber voll weit weg Ich stand genau wie du auf dem Treppenvorsprung Ja, du standst weiter vorne Ja, weiter hin Ach Gott Das ist aber kacke Wenn die jetzt das Fenster aufmachen, dann sehen die mich ja Wenn die jetzt das Fenster aufmachen, kannst du die, wenn die reinspringen Ja, wenn die reinspringen, aber wenn ich hier hinstelle, dann sehen die mich Nein Und das ist auch so logisch, dass ihr über meine Hier, wie heißt das Ding nochmal? Bärenfalle rennen könnt, ohne dass ihr sie triggert Ja, klar Das sah so verspackt aus, wie du dich hingelegt hast Weil das Spiel so kapiert hat, okay, hinten ist ne Wand, die Füße müssen nach vorne Was? Das ist eh richtig verpackt, weißt du, wo dir die Füße hin tun Das ist so dumm Das hörst du dich auch noch nicht so ganz Fuck Einer in der Garage Jo, hör auf zu reden, man Warum? Hallo, Kommunikation ist der Schlüssel Soll ich gemein sein? Garage Riff Wir können ja jetzt das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun aus fahren Och Kinder, go on Ich hab fast auf seine Füße geschossen Ja, die von mir durch den Drohnschacht, halt's Maul Was war denn die Appell-Ebene gerade? Er ist tot Leier Wo haben die die denn jetzt? Äh, Fenster Wo haben die die gefunden? Keine Ahnung, wo die ist Norden, Norden Die kamen auf einmal einfach Wo ist denn die Hostage? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Oh, der hat die Granate einfach gegen mich geworfen Bug war in der Garage, also Ja, ich hab zehn Schaden durch seine Frag-Renade bekommen, die er einfach gegen mich geworfen hat Irgendwo ist der Drohne Jo Äh, Chris, der guckt jetzt im Bierkampf Danke Nice Ich hab, er hat die Frag-Renade gegen mich geworfen, sonst hätte ich mich getötet Die ist gegen mich und dann auf die Treppe runtergefallen Oh, das ist eine Drohne Habe ich Habe ich Komm, Ben, pass auf, pass auf, pass auf Pass auf, pass auf Kommt übers Dach Nein Wo ist er? Nein, ja, vielleicht Auf der Falte Auf der Falte Auf der Falte Einer im Vorraum von Zimmer, Fenster Das klappt nicht Da sind noch zwei im Leben Aber meinst du dir, der soll da die Kamera nehmen Äh, ja, der ist Der Wadergang Hey, wo? Sag eine Himmelsrichtung, Mann Da Klarraum, Fenster Ja Da, okay Aber vergesst das Fenster nach hinten nicht Ja, das kann ich gucken Ja, aber das ist halt schon auf, ne Wenn er da jetzt einfach kommt und dann Dann flupp Schrot weg snackt Bei normalen hat man so viel Zeit, ne Äh, Drohne Ja, normalen da haste jahrtausende Zeit Der Drone Der Drone Der Drone He's in the Drone, Guys Äh, kommt übers andere Anzeige Ja Lion Schön Ich dachte grad schon Der guckt ja mal so rein Moin Hallo Moin Kinders Moin Moin Ich hab auch nur so den Schatten gesehen, weißt du Der guckt ja wie so ein Eumel um die Kante So Moin Hi Wir sind, äh Gehst du noch mal hier, Erdmännchen No Fledermäuse meinste Erdmännchen Genau Die von oben reingucken sind meistens Fledermäuse Ja, nein, aber Fledermäuse gucken nicht, die schreien Aber du weißt ja, Nacht sieht die Fledermäuse aus nischt 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 Sie sieht in der Nacht nischt nischt Ist der Dieder da? Oh, Schrot, ne Ist der Dieder da? Ist der Dieder da? Ja, genau Was redet der Mann von uns, der die ganze Zeit na Tüterta macht? Was soll das denn? Ne, warte, kommt die Frau nach Hause und sagt zu ihm, Schatz, da steht so ein komischer Mann vor der Haustür und der sagt die ganze Zeit Tüterta Der Mann geht raus gucken, kommt lachend zurück Und sagt, Schatz, das ist mein Arbeitskollege aus Sachsen, der fragt, ist der Dieder da? So, wo sind die? Isch, 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 der Dieder da? Finde ich war da einfach hinterher, ne? Boah, was ich mir richtig angewöhnt hab, wegen, ähm, hier Ja, du musst das dann sein Ne, sind genau hier, ne Puff Ne, nicht Puff Ne, nicht Puff Und ich hab für eine Breeding-Charge Ich glaub, diesmal sind sie nicht so doof Weiß sie nicht, na? Die waren eben noch alle im Raum Das Problem ist, dass ich auf der anderen Seite der Welt spawn, ich brauch noch mal 5 Minuten, Jungs Spawn alle am gleichen, guck Heiz mal, heiz mal Aber ihr seid schneller als ich Oho Du kannst mich auch ruhig, du kannst vor mich rennen, mich einmal umrunden und wieder hinter mich geht Schrotz, so viel Zeit hast du Ne, ne, ich bin, ich hab auch nur 2 Ja, ist immer noch schneller als 3 mit chill Oh, die haben ne mirror Mirror, mirror, on the wall Who's the prettiest of them all? Ist die Kamera da schon tot? Jetzt ist sie tot Warte, warte, bevor du da oben aufmachst, bitte Ja ja Und stell dich am besten nicht drauf Kannst du hier ne Thatcher-Garnatur drauf machen? Hey, hier ist sogar, ey Die haben echt nicht Jo, die haben wieder nicht Schwiegenforce Okay Alles klar Ja, bin da Kann hier, wer noch ne Breaching Charge anbringen? Hier bei mir Bin auch da Ja, ich kann Ja, ja, warte, ich kann Hi, hallo, ich steh hier Das ist keine Breaching Charge, das seh ich Ja, ich hab keine Breaching Charge, Mann Mach zuerst einfach Peen an Ja, ich komm aber wieder, das war Ja, schon Zündung Zündung 3, 2, 1 Zündung Hab ich mal ein Schild ausgefahren? Ja, ne Ja So Ich sehe keinen Smoke Ich nicht Auf der Treppe Auf der Treppe Sauber Schrot Auf der Treppe, da ist jetzt ein Smoke Ja Das hört sich an Ich bin hinter dir Ja, okay Rechts Treppe Ja, ich bin halt Ich geh nach draußen Ach du Schild Ich stell mich hier vor, hier ist noch ein Diepläue beschild Den kannst du eben machen Ja, warte, ja, ich komme Ja, warte, ja, ich komme Einer, gerade hinter der Hostage Chris nach links Nach links Links ist da Was hättest du gerne? Was hättest du gerne? Rechts Ja Sorry, ich musste dich schützen War, war so schlecht Ich hab die Treppe Ich hab die Treppe Guck mal bitte auf die Treppe, genau Ich hab die Treppe in sich Warte, Chris, ich lade kurz nach Oh, ist gut Hier we go Okay, kannst du wieder nach rechts Ich seh's Ne Achtung, die Läden nach hinten Rechts, hinten, rechts, hinten, rechts Enemy aus Zeit Achtung, Bandit kommt Okay Bandit ist noch im anderen Halt Hinter den Chris, hinter den Chris Ja, ich hab ihn Ich beschäftige ihn Oh, schade Ist ganz slow Das C4 war hinter mir Fuck Als ob ich den nicht bekommen hab, Jungs Bandit noch im Oh Ist er da drin Killcam brauchen wir nicht Nein Alter, was Wie war das denn? Oh, ich hab auf den Fuß gezogen wahrscheinlich Nee, das war voll auf den Kopf, oder? Ah, nee Aber zu spät Ja, äh Bei mir ist die Killcam gerade gewesen Er rennt auf der Stelle, rennt auf der Stelle PAHF Tot Yo Eventuell hat mein Internet mal kurz nicht mitgemacht Der hat mir halt einen schönen Headshot gegeben I'm a Scatman Ja, tut mir leid, Kinder Tut mir leid, Mann Äh Bin ins Loch gefallen Bin ins Loch gefallen Was ist mit dir und Dächern im Moment, ey? Ich bin ins Loch gefallen Was ist mit dir und Dächern im Moment? Ich war aber nicht so geil, wie gestern In der Runde, wo ich der letzte Überlebende war und in die Falle reingelaufen Das war auch noch so cool, wie du so rein rennst und einfach ganz trocken Ich hab die gesehen Hat er nichts gemacht? Wusste ich Gut, dass man es weiß und es ist trotzdem Nacht, ne? Boah, das ist so schön, dass Kapkan jetzt zwei hat, ne? Boah, ich fühl mich wie Speedy von Zahle Ohne Weg Ohne Weg Ja, aber dafür musst du mehr Traps anbringen Oh mein Gott Ja, und sie töten nicht mehr Sonic ist ein Scheiß gegen mich, alter Ja Gut, vergleichen wir es dann mal kurz mit dem Speed vom Vendit und Jäger Äh, vom Rekruten Huiiii Na, ich bin gespottet Ich wurde nochmal gespottet Check your Amor Yo, yo Jetzt bring die Scheiße an Na dann halt nicht Jetzt bring die Scheiße Geil Ich hab noch Reinforcements, Kinder, wenn ihr irgendwo noch was haben wollt Nice Ich bewache Die letzten Worte des Special Operators GSG 9 Einsatzkommando Jetzt bring die Scheiße an Ja man, bring die halt an Damals schon im Krieg Jungs, spring die Scheiße an Ich bin das jetzt echt nicht so witzig wie ihr Das machst du gut Schrot, mach mal weiter Ja, ich bin chill Ich bin chill Wir sind im Gang, ne Oh, da ist der Sniper, das ist doof Das macht leider nur 8 Schaden Schrot Kannst mir sagen, wer da drin ist Ich bin nämlich sneaky links Ecke Links Ecke Irgendwer ist in meine Cupgun-Champ gerannt Ja, das war der Klaas Aber ich hab ein paar Ich hab nur 20 Gläser und Montagne sind da noch Ich hab euch übrig Du bleibst da drin Du bleibst genau da drin Du bist das Warte einfach Der Gläser ist low wie sonst was Oben, pass auf Der Küche, ne Ich weiß, aber der kriegt mich aus dem Weg Ich hab grad fast einen links muss gekriegt Nice 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 75 Punkte für mich Hat sie da nicht abschließen? In Jules'es, killes'es Okay Ne Oh, lol Ah stimmt Nicht pushen Also ich pushe Ach der hat den Revolver Aber deswegen hat er mich mit Warte Jetzt hab ich jetzt Ja Gut Ein Hit Ich war gedowned 42 42 Leben Es ging Stell euch gegenüber genau Wenn er Montagne ist Der ist da Übrigens der Der klopft grad nett an Ah, es ist Montagne Ihr müsst von zwei Seiten aus Wollt ihr außen rumgehen? Wollt ihr außen rumgehen? Wie lange er den nicht extended hat Machst du, ich muss sogar 5 drücken Ich denk so, hey, warum Mach scheiße Jetzt hast du minus 10 Punkte Das ist der Revolver Der fickt so hart, ne? Okay, machs nicht Ja Ich bin jetzt verarschen Ich bin jetzt spiel mal Gewinner Lass dich nicht in der Eke trap Jetzt geh rein Jetzt 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 Ja, warte Nachladen Boah, johle Wollen doch nicht so nachladen Der Revolver zimmert halt echt, ne? Vorsicht Ne, geh ihm nicht entgegen, er hat gewonnen, wenn er ihm entgegen gehst BAM NÖBPY Das ist der Revolver, der zimmert halt so übelste Möhre We verlieren das aber, bei mir nicht die Jungs Wir verlieren das ja auch nicht Wenn wir jetzt angreifen nicht Ich will das nicht verlieren, guck mal das letzt an Ja, guck mal scheiße einfach Alles ist richtig schlecht Das ist der Typ, der nicht rechnen kann und bei der Polizei anruft. Das wäre estãoänder, es geht um GSG-9 Wäre ich lustig, es geht so GSG-9 heran. 1 1 4 1 1 9 wäre GSG... 1 1 9 , ist das nicht der Hubschrauber Rettungsdienst... 1 1 7 Yeah, sorry! dass ich das nicht weiß ich weiß ich weiß nicht ob es anziehen ich meine cyber 119 es gab es gibt es gibt mal jemand der länger als du ja mein hamster hat extra wasser ich bin chris und habe drei bären fallen in meiner hosentasche und klasse hallo ich bin kevin hallo kevin und ich habe probleme ja das sagt es bereits kevin alt griechisch für meine eltern sind geschwister konzentration ist wenn man kann man das mutig hier hochheben ich will da meine falle nicht recht ist das hier warte wo bist du ja ich bin so geil du musst das noch mal entweder hebst du das ding da jetzt weg oder ich mache es kaputt was denn das auch oder was ja jetzt im weg von einem schild das montagne ja was ich mache ich nicht mehr ja ich war auch ja wie soll ich da jetzt hin du depp und legst ihn jetzt um und gut ist ich habe gehettet mal für mehr montagne durch die hälfte irgendwas ist tot hast du es gesehen wir haben gläst passt auf hier ist keine falle hin das ist richtig sinnvoll weil das ist da muss man nicht erst mal weg nein die wenn die da reingehen ach so kann ich nicht auf das sofa klettern ohne witz also es sieht zwar aus wie keine ahnung irgendwas was mit latex bezogen ist aber jetzt mal ohne jetzt würde ich das mal anders links achtung die schwitze alter ich dachte ich habe ich habe ich gucke ihn so an und dachte mir so war das ein gegner anscheinend ja ja es war ein gegner und er hat mir die fresse poliert sondern wir verlieren das und zwar sauber aber hat die black ice tat und deswegen ist es ist warum ist im strip Club eigentlich keine kamera das ist der erste raum wo ich kameras anbauen würde wenn das meine bude wäre jetzt mal ohne witz oder immer schön alles gut zu beobachten ja äh hinter dir oder finn wo baust du kameras an wenn ich im stripclub also jetzt deine bude ist ich würde jetzt nicht in einem random auf die reaper bahn gehen und bei kameras anbauen also und willst du die denn so wachsen lassen oder was das ist jetzt ein interessanter winkel den oder suchst das ist ein scheiß für mal perfekt der montagne montagne ist halt geil sauber bin richtig geiler dorsch ne noch einer schöner bache nein dorsch also finden einer ist hinter dir draußen und vor dir halt nur der du da mit seiner beton matte von dieser verdammte revolver ist echt gut das ist unfassbar was spielen für modus der muss dann ja auch daraus sein muss er nicht er kann einfach da ist die rentierung schule eingestellt überall löcher in der wand man wenn er noch immer da ist so kann er jetzt von unten an also von morgen an die geisel ranrennen sie rausnehmen und irgendwo anders hinrennen bleibt er denn er kommt von rechts nein nein guck durch die tür dann wird er rechts sein leise 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 schön die füße beobachtet und draufgefallen ich war ich war echt kurz davor als als finn noch mal meinte nachdem du meinst leise hörst du ihn hab ich noch mal eine frage so na hörst du ihn der verdammte 5 als 3 kann man sich geben ja ich hab euch gecarried jungs ich muss einmal weg ich bin vielleicht in einer halben bis dreiviertel stunde wieder da aber vielleicht auch nicht ich bin auch weg doch kinder ja wenn ihr da kommt komm ich wieder eine runde eine runde jetzt ich kann nicht mehr eine runde oh leue ach jungs ich bin auch da alles gut ich wünsche dir was wir sehen uns noch ein pack mit zwei ich hier auch ach ich hab auch eins so ich drück auf find another match ne bis später oder morgen Männer das ist schwer und morgen user disconnected from your channel warte finn finn warte finn ist jetzt gegangen ne ja und live auch ja schrot war klar aber finn will ja wiederkommen weil von finn habe ich die handynummer dann kann ich ihn zur not anschreiben dann kannst du zur not nerven nein fragen ob er kommt oder nicht